da sind wir wieder schönen guten morgen liebe traderinnen und trader heute der blick auf ein paar indizes dax nasdaq und britisches fund schweizer franken bei den währungen ich hatte geschrieben gestern im research am sonntag schön zur vorbereitung auf den handelsstart für heute wo auch gute marken liegen wo wichtige levels sind gerade bei den indizes und heute morgen was passiert wir machen die augen auf china meldeten neuen ausbruch von coppet 19 angeblich konnten die die spuren nachverfolgen von einem schneidebrett auf dem ein lachs geschnitten wurde leute sorry nimmt mir das nicht übel aber es ist einfach nur lächerlich aber gut es sind die medien irgendwas muss ja geschrieben werden das virus ist da mal gucken was draus wird aber was an den indizes passiert ist natürlich heftig natürlich der dax hier im vorfeld zur handelseröffnung über drei prozent im minus wir schauen uns das ganze gleich mit an wenn wir uns die indizes näher betrachten zuvor wie immer der risiko hinweis an dieser stelle bitte in gänze zur kenntnis nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen das gesagt von meiner seite her wie immer auch die einladung wer gerne einen wunschmarkt analysiert haben möchte rein damit in die chats und ich kann das dann gerne direkt hier live in unserer sendung jetzt hier mit anschauen das dazu und da würde ich sagen gucken wir uns mal noch die nachrichten an viel ist heute nicht aber eine gewicht eine wichtige sache müssen wir diese woche unbedingt auf der uhr haben am freitag ja ist ein ganz wichtiger tag was ist da für ein tag überlegt mal alle drei monate am dritten freitag hoppala da haben wir einen großen verfallstag so und der ist diese woche freitag das heißt wenn ich mich richtig erinnere was haben heute 15 16 17 18 19 ja am 19 da haben immer den großen verfall deswegen könnte es diese woche durchaus ein bisschen turbulent an den märkten zugehen mal schauen was draus wird es wird sehr sehr spannend am freitag warum wird es spannend es wird nicht nur spannend weil ja sage ich mal da die indizes beziehungsweise entsprechend die futures und optionen verfallen sondern weil wir manchmal an solchen tagen auch in situationen sind wo wir richtungsweisende veränderung an den märkten bekommen das heißt es könnte durchaus sein dass wir am freitag eine neue ausrichtung der märkte bekommen ja all das kommt diese woche zusammen und da wird das fenster natürlich immer eng und das ist hervorragend für die kurzfristigen trader geeignet die hier auf kleine bewegen spekulieren wollen weil da haben wir relativ hohe volatilitäten und das sehen wir auch immer relativ stark ich will euch mal ganz kurz was zeigen etwas auf das was ich gerne immer drauf schaue und zwar ist das ein 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 indikator über die angst an den märkten passt mal auf ich will euch das mal ganz kurz zeigen und zwar ist das der sogenannte wix das ist der volatilitätsindex ähm und der ist gerade wartet mal ich muss den mal ganz kurz raussuchen dauert einen kleinen augenblick da haben wir ihn zack hoppala komm mal rüber hier ich hoffe man kann das gut erkennen ich mache das bild hier gleich mal noch groß ähm im chart hier so das mache ich mal bildschirm füllen und dann machen wir das mal so ich glaube so kann man das relativ gut erkennen wenn ich die werbung mal nach und weg nehme schaut euch das mal an hier was wir gehabt haben wo wir diese massiven starken einbrüche an den aktienmärkten hatten ist der wix hier im februar fing der an zu steigen die volatilitäten sind ziemlich stark geworden und dann ist das ding richtig durch die decke gegangen und da hat man es auch gesehen wir haben sehr sehr starke schwankungen an den aktienmärkten gehabt in den letzten wochen hat sich das ganze teil wieder normalisiert aber hier unten ist was passiert dann bei sowas muss man immer ein bisschen vorsichtig sein ähm und das ganze mit betrachten wir hatten hier in teilien auch leichte anstiege an den märkten also an den indizes und trotzdem ist der wix ein bisschen angestiegen das sind halt sachen die muss man als trader immer so ein bisschen auf der auf der auf der uhr haben weil im normalfall ist es so wenn man gute anstiege an den aktienmärkten hat dann geht der volatilitätsindex zurück das ist ja das was wir hier auch sehen ähm das ist so der allgemeine usus auch in der trader szene wenn man sowas beobachtet wenn wir allerdings situationen haben an denen die indizes leicht steigen und der wix auch steigt das ist meistens kein gutes vorzeichen und jetzt schaut euch mal an was hier in der letzten woche passiert ist der wix ist hier durch die decke gegangen am donnerstag schon nach oben da ging es ja an den aktienmärkten etwas bergab freitag kam dann erste gegen wegen und heute schießt das ding schon wieder ab nach oben plus 16,89 prozent hier aktuell die kursdaten sind ein bisschen verzögert aber es ist nichts so schlimm das bild ist trotzdem da das zeigt uns dass der markt ganz schnell wieder in den angst modus rein rennen kann ja und das ganze natürlich immer auf der uhr zu haben wenn man ein bisschen vorsichtig sein muss das ist immer gut beziehungsweise die short trader unter uns die können sowas auch nutzen wenn die wirklich merken die volat geht langsam wieder hoch hier unten haben wir die ersten anzeichen bekommen dann kann man das sehr sehr schön dazu verwenden die ersten short position auch aufzubauen weil wenn der dann explodiert dann gibt es meistens einen ordentlichen bumms an den aktienmärkten und das sieht man ja jetzt was hier passiert ist wir haben es ja letzte woche donnerstag gesehen freitag kleines inhalten und heute nach unten gucken wir uns gleich in den indizes an das heißt wenn wir mal kurz uns die nachrichten anschauen wie schon gesagt nachrichten haben wir bekommen hier aus china industrieproduktion für den mai nach ein bisschen unter der prognose ist aber etwas besser geworden an dieser stelle heißt also hier von 3,9 auf 4,4 sind die zahlen die wir hier aus china bekommen haben und die lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert stehen was bekommen wir noch aus der schweiz die schweizer währung haben wir ja auch öfter mal auf der uhr deswegen gucke ich mal ganz kurz noch nach den aktuellen daten die schweiz hat gerade geliefert moment da haben wir erzeuger preis index 0,5 prozent zurückgegangen das heißt hier an dieser stelle wo waren wir jetzt hier das haben die analysten erwartet analysten erwartung standen gar nicht da wir sehen hier von minus 1,3 auf minus 0,5 das heißt es verlangsamt sich von der seite her aber wachstum schaut halt anders aus am mittag bekommen noch die handelsbilanz aus der eurozone ich denke mal die wird geschrumpft sein das ist zumindest das was ich denke weil es wurde einfach weniger exportiert und um 14.30 bekommen wir dann aus den usa den new york empire state herstellungsindex auch das ist wichtig und was wir hier auch sehen die entsprechenden prognosen und da zieht der markt auch immer drauf ab wenn sowas plötzlich stark überschritten oder unterschritten wird gibt es meistens auch starke reaktionen an den märkten von der seite her muss man das einfach mal schauen was hier kommt haben wir heute nachmittag mit auf der uhr kurz vor handelseröffnung stunde vor handelseröffnung da gibt es den new york state herstellungsindex das passt soweit gut jawohl schurt wegen einem lachsbrett das müsste man eigentlich mal als handelsidee machen lachsbrett trading mal gucken was daraus wird es ist witzig ich habe das aber vorhin wirklich ich habe die nachrichten auf ndv gehört und da gab es ein bericht direkt aus china oder über china und da wurde halt wirklich gesagt dass china angeblich genau weiß wo der erreger herkam und er kam natürlich aus dem ausland das kam nicht aus china also gut das war so eine kleine anekdote zum morgen wir nehmen das ganze mal nicht so ernst von der seite her gucken wir uns mal entsprechend hier die indizes an ich würde sagen wir starten mal kurz bei den währungen und dann gehen wir zu den indizes rüber wunschmärkte bitte schön einfach rein und ja würde ich sagen gehen wir mal drauf und dann kann ich die wunschmärkte auch mit anschauen wir starten hier mit britischen fund schweizer franken hier mal ja da sieht man auch was die märkte alles so machen wie schnell die märkte hier richtungen ändern können was auch hier folgende situation britisches fund schweizer franken ich muss mal ein bisschen näher ranzoomen damit die aktuelle situation ein bisschen beleuchten können wir haben jetzt hier wieder mal so eine sag ich mal so eine so eine entsprechende wackel zone wir sehen was haben wir hier auf der uhr entsprechend wir haben oben den deckel der licht ganz grob um die marke von 1.22 1.22 heißt warum ist das der deckel oder warum ist diese marke so wichtig ja ob jetzt deckel oder nicht ist jetzt irrelevant aber es ist halt immer die frage wo kommt price action ins spiel und was wird gemacht und was können wir dort erwarten und wir haben es halt hier oben gesehen wir schwanken momentan in einem ja sag ich mal bereich zwischen 1.22 und 1.17 knapp 3 dort schwanken wir irgendwo ein bisschen hin und her ordentliche beachtung hat hier auch das level um die 1.18 ein 100 erfahren das ist das was wir hier auch aus dem großen bild von oben sehen können ja das ist da wo wir stehen wir sind jetzt weit nach unten gelaufen und wenn wir mal sehen wo wir angehalten haben hier in einem gewissen schwung band wir gucken uns das gleich mal in der kleineren zeiteinheit an das heißt wir wechseln hier mal kurz in den vier stunden chart damit wir das ganze mal so ein bisschen näher beleuchten können ich raff es kurz zusammen damit wir es besser sehen können wir sind hier in dieser range wir sind weit nach unten gelaufen und wir haben hier aus dieser drehzone ja aus dieser drehzone irgendwo um die 1.18 bis 1.185 also hier unten war die 1.181 hier in diesem bereich haben wir die 1.185 da ist so dieser schwungbereich ja und da legt man sich halt einfach auf die lauer was passiert und was ist hier passiert folgendes auf tagesbasis hier haben wir am freitag ein erstes aufbäumen gesehen dieses erste aufbäumen lief bis 1.1978 da hoch dann kam der markt mit druck wieder rein was wir auch schon gesehen haben ist dass dieses bullische muster dieses bärische muster das ist komplett auch aus dem markt schon getriggert wurden wir sehen es hier oben der markt ist in den widerstand reingelaufen hat hier den trend gebildet hat dieses kauflevel rausgenommen nach unten und wenn wir hier unten drunter kann man aus der technischen analyse manchmal so auch trend kanäle beziehungsweise wenn man einen aufwärtstrend hat zeichnet man von unten eine linie rein damit man weiß wann es gebrochen wird diese linie ist auch schon rausgenommen das heißt wir sind hier auch deutlich nach unten reingekommen und die chance die sich hier ergibt ist natürlich für die long seite also für die leute die sich hinstellen und schauen was hier los ist die könnten natürlich sagen okay möglicherweise sehen wir jetzt hier in diesem auffangbereich den zweiten auffang die zweite auffangmöglichkeit und drehen dann nach oben um dann ein stückchen rein zu laufen ja heißt also hier wenn wir hier tatsächlich rumdrehen hier wieder hoch zu laufen richtung 1.19.78 kann passieren aus diesem grund bitte dieses level hier unten auch auf der uhr halten aber wenn man einfach mal schaut wo wir momentan verortet sind dann ist halt auch die wahrscheinlichkeit gegeben oder ich sag mal mal so die chance für die shortseite dass wir hier drunter neuen abgabedruck bekommen weil wir haben es ja gesehen wie dieser trend hier entsprechend von oben nach unten gelaufen da kam schon immer auch ein bisschen was raus und wir haben ja bis unten hin auch noch ein stück weit luft das heißt wenn wir hier unten in diesem bereich hier könnte es ein bisschen zäh werden aber wenn wir hier dann tatsächlich mit schmackes nach unten verkaufsdruck rein bekommen dann könnten wir relativ flott unten rein laufen in die marke von 1.17.28 also dieser untere bereich den wir dort auf der uhr haben das wird interessant und für die kurzfristigen trader wirklich auch interessant was passiert hier in diesem widerstandsbändern da könnte es nämlich zum auffang kommen und wenn wir das dann erleben dann könnten die kurzfristigen trader halt diese abprallereignisse ziehen und da schaut man dann einfach wie schon immer gesagt in die kleineren zeiteinheiten in die fünf minuten rein schaut mal hier da haben wir ja auch hier um die marke von 1.19.2 so ein trampolineffekt immer gehabt rauf hoch rauf hoch rauf hoch rauf hoch und dann hier das das ist dann das ende solcher phasen meistens da dreht sich es rum da springt der markt unter diese linie nochmal aufbäumen und dann ging das ganze mit schmackes ordentlich nach unten und das ist das was wir unten in den widerstandsbändern auch beziehungsweise in den unterstützungsbändern an dieser stelle auch erwarten können wenn wir tatsächlich unten rein laufen und wir solche sachen wie hier sehen dann haben wir schon die chance dass wir nach oben gehen und das bitte beobachten als klassische handels idee hier kann man gute setups bauen man muss dann einfach nur warten bis der markt das ganze spielt entsprechend also hier an dieser stelle das war der britische fund schweizer franken ich habe auch noch einen wunschmarkt bekommen in den währungen würde ich sagen das gucken wir uns mal an euro japanischer yen sollten wir mal uns anschauen hier wurde gesagt der müsste eigentlich runter gehen wegen dem sicheren hafen schauen wir mal wir gucken uns die währung mal ganz kurz an das ist ja das was ich auch schon immer mal gesagt habe als trader und die idee ist wirklich schön an dieser stelle als trader kann man wirklich auch sagen wenn man so eine szenario planung hat das ist die erste gute idee das mache ich ja genauso ich laufe durch die gegend und wenn ich irgendwo was sehe was mich interessiert dann schaue ich mir mal den markt dazu an ja punkt wenn ich irgendwo eine nachricht zum markt lese oder irgendwas aus china oder 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 japan oder großbritannien höre und denke mensch was könnte denn da bei der währung passieren oder bei dem index da gucke ich mir das einfach in ruhe mal an und schaue was der markt spielt so und jetzt gucken wir mal kurz bevor wir auf die indizes schauen noch euro japanischen yen an euro jen hier moment kleinen augenblick wobei euro jen ist nicht unbedingt mal oft so das gesuchte also meistens hat man entsprechend bei dem thema sichere hafen im zusammenhang mit euro eher euro schweizer franken das thema währungsanstiege beziehungsweise abfälle hat man häufig in dem punkt euro hat man häufig in dem punkt dollar jen gerade auch wegen dem anleihengeschäft das hängt so ein bisschen mit bestimmten sachen zusammen weil ja viele viele internationale kredite sozusagen in usa ausgegeben werden und gerade in dem bereich dollar jen hat man halt sehr sehr enge verflechtungen und da fließt halt häufig auch geld hin und her und da merkt man gerade auch wenn sozusagen so ein bisschen der risk off modus ist dass sich dieses währungspaar sehr sehr stark bewegt hier im euro japanischen yen haben wir mal ganz klassischen abwärtstrend am laufen jetzt nachrichten hin oder her natürlich es geht jetzt ein bisschen nach unten ob das jetzt natürlich hier an dieser stelle an der nachricht aus 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 china licht ich mag das mal nicht unterschreiben aber was wir halt hier sehen ist wir haben ganz klassisch den abwärtstrend entsprechend da hier auf stundenbasis läuft es nach unten also der abwärtstrend auf stundenbasis ist natürlich die korrektur des tages wenn wir uns den tag mal anschauen der ist aufwärts gerichtet und was ich schön fand ist dass wir hier wir haben es ja schon besprochen an dieser stelle den ersten versuch nur umkehr gehabt haben aber dem will der markt einfach nicht spielen das heißt der korrekturkanal nach unten ist weiterhin offen und wir sollten uns jetzt als händler halt auch ja mal genau hinsetzen und sagen was passiert denn hier momentan im index heißt also an dieser stelle hier schön nach unten laufen wo haben wir anlaufpunkte das heißt jetzt müssen wir schauen was passiert hier unten an dem trend tief um die marke von über den daumen 120 27 das wird interessant wenn das nämlich durchbricht dann haben wir gute karten hier nach unten zu laufen weil wir sehen es ja auch hier die letzte korrektur wurde unten dran ganz stückchen herangebaut und wenn wir das potenzial jetzt auch wieder ausschöpfen dann können wir mal schon locker hier unten in die 1 18 8 reinlaufen also da ist einiges an potenzial zur unterseite da das bleibt wirklich sehr sehr interessant und das ist hier zu beachten was noch zu beachten ist ist so das verhalten was wir hinten gehabt haben also hier wie langsam wir hier runtergelaufen sind ich würde mal jetzt einfach mal in den raum werfen wenn wir jetzt das gleiche verhalten hier an dieser korrektur sehen beziehungsweise an dieser angefangenen bewegung wie bei der letzten bewegung die sich so ewig lang nach unten geschlichen hat wird es ein bisschen dauern bis wir unten rankommen aber wenn wir diesen punkt dann durchschreiten dann könnte es durchaus auch eine dynamische bewegung zur unterseite geben zumindest dann wenn der markt sein verhalten nicht ändert also das bleibt sehr sehr interessant hier im euro japanischen jen so klasse also das wäre es für die währungen wie schon sagt wenn noch was kommt bitte einfach rein wir machen jetzt weiter mit den indizes und da starten wir zuerst mal natürlich bei unserem heimatindex hier dem dax und da haben wir ihn schon jo ich habe es geschrieben was ich da geschrieben habe ist kalter kaffee sozusagen der ist sozusagen von gestern da ist ja alles schon gelaufen die messe ist gesungen sozusagen ich will trotzdem noch mal so ein bisschen auf die historie eingehen und warum das bild weiterhin sehr sehr bärisch ist zumindest im kurzfristigen bereich und zwar wenn wir uns das ganze chartbild hier mal anschauen dann sehen wir der tag natürlich der ist aufwärts gerichtet ja und der tag macht momentan einfach nur eine korrektur ja und wenn wir mal schauen ich sag mal mal locker problemlos hier war der ausbruchsbereich also um die 11.338 punkte ist es hier in dem chart da war der ausbruchsbereich was sehen wir in guten trends sehr sehr oft in guten trends sehen wir sehr sehr oft dass der markt das ausbruchslevel nochmal testet das ist halt immer so ein bisschen das doofe wenn wir so weit gelaufen sind dann ist die wahrscheinlichkeit oder das potenzial für den rücklauf auch entsprechend groß das ist natürlich so wie es ist und jetzt haben wir sozusagen zwei katalysatoren gehabt für den weg nach unten das erste war paul das zweite ist jetzt das china ding mit dem virus schon wieder das sind zwei katalysatoren wo man jetzt natürlich sagen kann okay da wurden gewinne mitgenommen warum sage ich das so paul hat gesagt es sieht nicht gut aus für die wirtschaft paul hat aber auch gesagt wir machen alles um die wirtschaft zu stützen wir machen alles um den arbeitsmarkt zu stützen und wir machen alles um die inflation zu halten so das heißt das sind drei gründe für ordentlich geldtruck aufwand für die märkte das ist das eine das heißt diese nachricht wurde einfach nur abverkauft aber wir wissen ja was wahrscheinlich in zukunft kommen wird ja das was wir auch nach der finanzmarktkrise gesehen haben das gleiche bild und wenn der markt das gleiche spielt dann können wir schon einiges nach oben hin erwarten das ist das eine das zweite die nachricht die jetzt aus china gekommen ist ich bin persönlich der meinung man muss hier ein bisschen die kirche im dorf lassen warum muss man die kirche im dorf lassen ich glaube das was jetzt hier gespielt wird ist das gleiche was gespielt wird als der virus in unserer welt gekommen ist ja wie ist der virus in unsere welt gekommen durch einen sehr sehr starken reiseverkehr aus china in die welt hinein so haben wir jetzt einen reiseverkehr also soweit wie ich informiert bin gibt es momentan nicht wirklich reiseverkehr nach china oder von china in den rest der welt das heißt der weg von china über die flüge in den rest der welt der ist erst mal versperrt das heißt ich vermute mal das ding bleibt ein relativ lokales teil die haben den lockdown da die sind da sehr sehr aggressiv das heißt ich persönlich das ist meine meinung das bitte ich jetzt an der stelle auch so zu akzeptieren ich glaube nicht dass wir dadurch durch das was wir jetzt gerade in china gehört haben aus china eine zweite welle kriegen das kann ich mir nicht vorstellen weil wie soll der virus dort rauskommen es sei denn eine brieftaube springt den her aber das kann ich mir nicht vorstellen heißt also das ist der zweite katalysator gewesen einfach mal ein grund weitere gewinne mitzunehmen so das ist der punkt mich würde es auch nicht wundern wenn wir eine intra der rallye bekommen aber egal wir gucken jetzt mal auf die charts auf den charts sehen wir ganz klar wir haben unten dran ein paar anfang level liegen heißt also hier im großen bild natürlich das ausbruchslevel und jetzt mal rein trendtechnisch gesehen der markt könnte innerhalb dieses aufwärtstrends den wir haben sogar noch runter laufen bis zur 10.200 punkte marke ohne den trend kaputt zu machen irre aber es ist wie es ist können wir nicht ändern das ist halt charttechnik heißt also an dieser stelle wir haben nach unten hin noch deutlich potenzial aber auch ein paar auffangbereiche und das ganze schauen wir uns jetzt mal im kurzfristigen stundenchart an was ich geschrieben hatte im blog war gewesen die korrektur hier schön in einem in einem trendkanal nach oben wir haben auch an einer sehr interessanten stelle umgedreht dann wurde das ganze nach unten schon getriggert das heißt die bewegung innerhalb dieses abwärtstrends hier auf stundenbasis was die korrektur des tages darstellt wurde ja schon getriggert so das heißt der punkt den wir jetzt hier an dieser stelle haben ist einfach der dass wir nach unten laufen was wir als nächsten anlaufpunkt haben ist hier unten diese marke um die 11.500 punkte das ist zum einen eine psychologisch wichtige marke weil eine runde marke und zum anderen wenn ich es mal zusammen zoome das ist auch schon mal ein bereich wo der größere bewegungstrend den wir hier gehabt haben wo der hier angehalten hat ja das war also ein testbereich und da wird es interessant ob man an dieser marke wiederkäufer findet ja ich hoffe man kann das ein bisschen ein bisschen zumindest erkennen schaut mal hier drüben war erst so ein bisschen sag ich mal so ein battle um diese marke da wollte der markt nicht so richtig rüber dann hat das aber geschafft und den ersten test hat er auch richtig gut aufgenommen ist sehr sehr stark nach oben angestiegen das gleiche könnte hier wieder kommen sollten wir hier allerdings einen abverkauf bekommen ist das auch ein zeichen dann sehen wir es ist gerade keiner gewillt dort zu kaufen und dann müssen wir uns weiter auf der unterseite orientieren wenn wir uns diesen trendverlauf jetzt gerade hier anschauen können wir hier auch noch eine weitere marke einzeichnen und zwar schaut mal hier unten dieser drehbereich um die knapp 10.900, 10.880 Punkte das ist das was wir entsprechend aus dem trendverlauf noch mit rausbekommen das ist sozusagen ein korrekturtief hier aus diesem abwärtstrend oder aufwärtstrend der hier eingezeichnet wurde ja hier oben fehlt noch ein zacker sei es drum wir sind jetzt hier unten also 10.880 bis 10.900 da ist dieser drehbereich also hier schaut mal da haben wir ja das erste level oben gehabt also in diesem bereich sollte auch ein auffang kommen wenn möglich ansonsten wie schon gesagt im sinne der größeren dynamik sollten wir hier wirklich auch schauen was passiert an dem größeren ausbruchslevel was wir hier gehabt haben und das ist halt diese marke wo wir hier unten sind moment kleinen augenblick da muss ich nochmal kurz in den tageschart reingehen das ist die marke hier am ausbruchslevel also wenn die 11.500 nicht halten sollte dann sollten wir uns darauf gefasst machen dass wir hier in richtung 11.000 wartet mal was haben wir hier der ist ein bisschen verdeckt 11.338 sind es glaube ich gewesen diese marke sollten wir dann wirklich auf der Uhr mit haben als nächster auffangbereich wenn es doch noch deutlich tiefer nach unten geht das ist das was wir im dax hier sehen einen sprung nach oben sollten wir direkt wieder oben rein laufen wir haben ja in sechs minuten handelseröffnung auch da sieht es natürlich für die oberseite nicht ganz planlos aus das heißt wir haben ja schöne anlauflevel und wenn wir uns da in den kleineren dingen einfach mal sagen wir mal orientieren wollen weil dieser rutsch nach unten der ist ja jetzt wirklich erst im vorbörslichen handel gekommen dann sind orientierungspunkte gar ganz klar hier oben diese marke von 11.800 also das was hier jetzt noch grün angezeichnet ist das ist mal dann erstmal ein widerstandsbereich und das ganze können wir dann im kontext zu diesem abverkauf nach oben hin auch sehen das heißt wenn wir uns das ganze mal anschauen wollen hier oben rein wartet wir machen das mal anders sind dann anlaufmarke die wir aus den kleineren bereichen sehen das heißt das wäre dann wirklich dieser bereich hier ich ziehe es mal hoch hier und da in diesem bereich oben ran und dann noch eins hier oben und wenn wir uns das ganze mal kurz im 5 minuten chart anschauen wollen dann sehen wir dass das mit hoher wahrscheinlichkeit auch level sind die in diesem 5 minuten trend auch relevant sind ich mache mal kurz die trenderkennung hier raus zoomen das mal etwas zusammen und da sehen wir es halt wenn wir uns mal den rutsch hier im dax auch anschauen das sind halt wichtige schwungmarker hier die 11.800 knapp 80 dann haben wir hier oben die marke von 12.042 ganz klar die 12.000 punkte marke spielt da auch eine gewisse rolle und dann hier oben die 12.218 das ist auch das was wir im 5 minuten chart auch sehen das heißt wir sind da in einem relativ kleinen zeitrahmen aber es sind halt anlaufpunkte sollten wir tatsächlich einen starken rückschnapper bekommen bis dahin muss noch ein bisschen was vergehen wir müssen erst einmal hier oben ganz klar über diese marke hier drüber das heißt wir müssen erst einmal hier oben über die knapp 11.670 punkte marke drüber und dann können wir uns ein bisschen nach oben orientieren dann haben wir hier auch noch einen anlaufpunkt um die 11.746 und dann kommt schon das bruchlevel oben also es bleibt spannend hochinteressant und ein paar schöne anlaufpunkte haben wir hier entsprechend im dax und damit schalten wir in die us-märkte rein und da habe ich mir hier für den heutigen handel mal den oberbullen aus den usa rausgesucht der nasdaq hat ja nicht nur neues allzeit hochgeschrieben sondern der ist so teuer wie noch nie gewesen über 10.000 punkte hier den hochpunkt hat er markiert bei 10.155 und wir haben hier wenn wir uns den tagestrend mal anschauen ein sehr sehr interessantes bild auch gesehen dass wir sozusagen hier nicht nur ans allzeithoch herangelaufen sind sondern da oben auch ordentlich käufer gesehen haben und das ist natürlich eine sehr sehr interessante geschichte das zu sehen aber nichtsdestotrotz auch der markt ist im korrekturmodus und auch hier sehen wir im korrekturmodus ganz klar den abwärtstrend hier ist er da oben hat er angefangen jetzt schlängelt er sich hier runter das war der erste bewegungstrend dann schön die korrektur schöne bärische flagge oben gesehen der ausbruch kam dann auch mit ordentlich dynamik und wir sehen es wo wir ranlaufen runter ohne ende wir sind hier entsprechend auch unter wichtige marke gefallen die 9600 punkte marke hat nicht gefallen wo wir angehalten haben waren hier die 9500 punkte marke und wenn wir mal sehen wo der wochenendhandel wochenendhandel sorry die wochenendunterbrechung die wurde ja gleich mit einem kleinen gap sozusagen aufgelöst und dann kam die meldung aus china und dann ging es einfach sehr sehr stark nach unten wir haben auf der unterseite wenn wir uns den index mal anschauen ich schalte mal kurz in den tageschat hier rein wir haben auf der unterseite natürlich ein paar anlauflevel oder ein paar auffanglevel da können wir uns so ein bisschen an den spike los orientieren und da hätten wir hier unten ganz knapp über den daumen 9182 bis 9200 dieser punkte bereich ist natürlich ein interessantes level untergeordnet haben wir da auch noch ein paar auffangpunkte und dieser drehbereich hier den wir hier haben das könnte ich auch noch ein stückchen nach unten ziehen da könnte man hier auch das ausbruchslevel nehmen also hier unten die marke von knapp 9160 zählern hier in diesem drehbereich also dieser punkte bereich ist relevant zumindest mal als auffanglevel sollte das nicht halten dann haben wir die position weiter nach unten zu ziehen hier knapp 8800 und ein paar eine 70 punkte die wir hier haben hier unten auch als auffangbereich da ist luft nach unten und das ist alles problemlos da das kann nach unten abgearbeitet werden alles als korrektur zu diesem sehr sehr starken anstieg den wir da an dieser stelle hatten aber man muss halt auch immer hinschauen der markt ist momentan so stark dass wir durchaus hier jetzt eine übertreibung nach unten sehen könnten und dann wieder in diesen beide dip modus zurück könnten das wäre natürlich eine sehr sehr interessante sache zum einstieg und das ist dann interessant zu schauen wo können wir denn damit erwarten oder wo können wir damit rechnen wir sehen es ja jetzt hier diese level die wir hier haben gerade in den schwungbereichen nach unten die sorgen schon immer mal für einen aufkauf das haben wir jetzt hier gesehen schaut mal hier an dieser stelle wo haben wir gedreht an einem unterstützungslevel und zwar an einem größeren das hat ordentlich für gegenbewegung gesorgt so wo sind wir hier aufgesetzt auch aus einem interessanten kauflevel auch an der runden marke da gab es auch erstmal positive gegenreaktionen und wenn wir jetzt hier wir befanden uns ja im tief auch an so einer trendtechnisch wichtigen marke aus einem korrekturtief raus die oft genug getestet wurde und käufe gefunden hat auch da geht es erstmal nach oben heißt also diese marken haben schon relevanz die nächst tiefere liegt dann hier unten bei 9100 nein warte jetzt muss ich mal näher ran 9.323 hier unten beziehungsweise dann hier der auffangbereich um die 9.182 das ist das was wir auch im tageschat sehr schön gesehen haben diese marke haben wir unten da sollten wir allerdings wirklich schön nach oben laufen wir haben ja jetzt kurz vor handelseröffnung da sehen wir auch gleich was hier los geht ob die price action eher kauft oder verkauft zumindest die erste die oberseite ist interessant ausbruchslevel bei 9500 punkten und dann der erste anlaufbereich 9600 das ist interessant das sind die kurzfristigen marken die wir durchaus auf der uhr haben sollten und das interessante jetzt hier heute haben wir wir merken das einen interessanten montag das wort kommt oft über die lippen wenn wir tatsächlich über die 9.6 drüber laufen dann nehmen wir den abwärtstrend hier raus auf stundenbasis und das wäre mal das erste indiz dafür dass die märkte die korrektur beenden und wir hochlaufen wollen also hier sehr sehr spannend schöne level wo wir sind wir haben auf der oberseite planbare anlauflevel wir haben auf der unterseite welche liegen also hier können wir ordentlich was erwarten und damit würde ich sagen fragen haben wir keine mehr auf den fischmarkt gehe ich heute auch nicht von der seite her danke fürs zuschauen danke auch für die lobenden worte die ich am wochenende wieder bekommen habe über die sachen die ich hier so mache da freue ich mich immer tierisch drüber weil das einfach zeigt dass die sachen die ich hier mache wirklich auch weiterhelfen deswegen mache ich das ja und ich will damit auch helfen sozusagen gute trading möglichkeiten zu finden und jetzt nicht nur ein setup zu geben sondern auch ein paar begründungen drumherum das scheint zu gefallen danke für das lob gerne weiter so und ja ich würde mal sagen bis morgen 8.30 Uhr checken wir die märkte wieder mit ein paar handelsideen mal sehen wo wir da an dieser stelle stehen es bleibt wie euch das schon heute öfter gesagt habe interessant bis dahin allen einen schönen Tag Tschüss